Hallo zusammen, Eizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Macht sie alle anzunehmen bei Hundemeister Archibald in das Sturm St. Tal an dieser Position. Nehme die Quest nun an und jetzt zeige ich euch, wo sich dieser Gegner befindet, den man töten soll. Da läuft man hier dieses Loch hinunter, mache auch die Map auf, hoffe man sieht es gut und dann darf man ein zweites Loch hinunter laufen Hier ist dieser Mob, der sollte gleich spawnen. Ok, der Mob hier ist auch entkommen, aber ich kann ihn töten, damit er nicht stört. Bis dahin sollte der andere Mob, der Quest Mob auch gespawnt sein hoffentlich. Ja und hier ist der Vorarbeiter flingen nur. Das glaube ich macht nichts, das ist einfach Soldat. Das gehört eigentlich zu einer anderen Quest, die man vom selben NPC bekommt, aber die Quest habe ich zurzeit nicht, da ich euch ja nur die Quest Martiale zeigen mag. Wie man sieht, der Mob macht ein bisschen Schaden. Könnte sein, dass es auf Stufe 120 ein bisschen happig wird, weil die Mobs skalieren ja mit und wenn ich verwische Stufe 20 Zeit, habt ihr noch nicht so gutes Equip. Die Mobs hauen aber schon voll rein. Ah, fine. So. Quest ist bereit zur Abgabe. Oh, hier wo bin ich sein Gegner? Das passt mir jetzt nicht. Aber töte ich halt auf die Schnelle. Ok, eigentlich sind es zwei Gegner, oder? Der Wolf könnte verschwinden, wenn ich den anderen töte. Jawohl. Dann zeige ich euch noch, wo man die Quest abgibt. Quest ist abzugeben bei Hundemeister Archibald in das Sturmsanktal in dieser Position. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Der ist jetzt kurz weggelaufen, aber der batuliert nur zwischen dem Punkt und dem Punkt hier. Also immer hin und her irgendwie. Sehr erfreut. Doch, doch. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, hoffe ich, dass ich euch geholfen habe. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020